Florian Schiek entwickelt zuverlässige verteilte Systeme in der zentralen Forschung der Robert-Bosch-GmbH in Hildesheim. Sein Fokus liegt auf intelligenten Verkehrssystemen und ihrer Vernetzung mittels Fahrzeug-zu-Alles-Kommunikation, kurz V2X. Diese erlaubt es, Daten zwischen diversen Fahrzeugen und Infrastruktur anonymisiert auszutauschen und bildet eine wichtige Informationslage für Fahrende und Assistenzsysteme. Als ein globaler Vorreiter von V2X entwickelt Florian Schiek Technologien unter anderem für den Schutz gefährdeter Verkehrsteilnehmender, das automatisierte Parken und kooperatives Fahren. Damit sich künftig weltweit Milliarden vernetzter Geräte austauschen können, ist Standardisierung und Optimierung der Schlüssel zu zuverlässiger Kommunikation. Mit seiner Forschung leistet er einen wesentlichen Beitrag zum Teilen von Sensordaten und damit zum autonomen Fahren. Substantielle Teile seiner Doktorarbeit sind heute in europäische Standards integriert. Für Florian Schiek ist V2X ein Top-Forschungsthema, um unsere Welt sicherer und ökologisch nachhaltiger zu gestalten. St. 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 V2X St. Vielen Dank.